so Dolphin Spirit Ocean Mission ich hab meinen Tee auch stehen lassen du ich liebe ja Unterwasserspiele doch ich liebe ja Vielen Dank. Vielen Dank. So, geht das los. Gerade mal einen Tee holen und gerade mal hier über die neuen Games drüber lücken. So, geht das los. 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 Appetumia Appetumia ich bin ja mal gespannt ob heute mein tiefgefrorenes kommt und Untertitelung des ZDF, 2020 Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Der kleine Delfin braucht Hilfe! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, verdammte Bankert! Malus bleibt am besten daheim mit dem Kind, dann kannst du auch ein bisschen gucken, was die alleinerziehenden Muttis für Probleme haben, ne? Einfach ein Macher der Kaido Der Bengel! Hier sieht gar nicht schlecht aus, so Reingehauen Ja, kann sein, dass ich heute nicht so lang mache, wie gesagt, weil Bin ich nachher, wollt eigentlich so um 10, ist ja schon wieder 10 Dann geh ich so um 11 zum Dock wahrscheinlich Ich bin ein Macher! 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 So... Netflix x Da bist du ja mein Enkel. Willkommen in Maupiroia. Es ist gut, dich zu sehen. Wir haben 32 Achievements. Okay, du hast die Kamera erhalten. Setze sie ein, um mehr über die Tiere auf der Insel zu lernen. Porridge. Porridge. Habe breit, ne? Das wird doch so schleimig, Zombie. Hör auf. Es ist die Mensch, dort zu wurscht. Mach dir einen warmen Tee, mümmel dich ein. Hör auf. 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 Ich habe das Problem, dass ich seit ein paar Tagen am RT-Plosigkeit leide. Okay. Das ist kein Süppchen. Süppchen geht doch normal immer. Naja, so schwer ist Porridge jetzt nicht, oder? Das schaffst du. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Erinnerungsfotos. Das schaffst du. Das schaffst du. Ach du Scheiße ist das hier für Süft. Wichtig, 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 genau. Schön dick Zimt und Zucker drauf, oder Honig. Du schaffst du. Es ist argkön. Ja, das war's. Das war's für heute. zu weit weg sieht ganz schnuckelig aus ein schleim ist den schleim warm oder kalt du sagst gut für den hals dein erster habelschleim wie alt bist du denn wenn ich fragen darf triff ober bei der vereinigung dann musst du ja noch recht jung sein dann hast du noch nie habe schleim hast du noch nie habe ich echt jetzt wie so ein ditte ach so sie können ja noch so will an die jung dinge wenn ich es recht überlegt so richtig porsche also wenn dann mache ich mir das in der schüssel mit mit heißer milch drauf aber jetzt so richtig porsche gekocht im top den hafer rots rein habe ich tatsächlich noch nicht ich habe tatsächlich ewig keine früher habe ich jeden tag eine riesen schüssel habe flocken gegessen or ich liebe normal habe flocken so 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 Beide, die groben und die feinen. Da ist noch Müll. Ein bisschen, ja. Ü50. Aber was denn heutzutage schon 10, 20 Jahre alt ist und er steht, das macht jetzt den Bock nicht mehr so fett, finde ich. Man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Hey, das war doch ein Tier. So, wenn man, sagen wir mal, in den Zwanzigern ist, dann sieht man so einen Altersunterschied mit ganz anderen Augen, wie wenn man dann mal älter wird. Ist wirklich so. Da war doch eben so ein kleines Tier. Wo ist denn das hin? Ein Eideck, setz ich dir mal vor, soll ich fotografieren müssen. Vielleicht haben wir hier ein Erinnerungsrodo. Wir haben ja auch eine Karte oder sowas. Ah ja, da ist das. Säugetiere, Schalentiere, Vögel, Säuretiere, Schalentiere. Okay, also gibt es einen Hund oder so und eine Krabbe. So. Das ist ein bisschen besser. Alter, der Ober hat über die Bude ganz schön eingesaut hier. Was war das denn ein Ziel? Guck, wir sind schneller wie unsere Ziele, oder? Ah, ne, da. Guck mal, da, das habe ich gemeint. Ah, da ist noch ein Reptil-Ding, okay. Okay. Tja, da gibt es ja bestimmt auch so Fernschüsse und so ein Gedön. Okay. Okay. Hat noch viel gefehlt. Was ist hier? Pflanzen nicht, das wundert mich voll, dass man keine Pflanzen aufnehmen kann. Zehn. 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 Tja, da fehlen noch drei. Da fehlen uns noch drei. Da haben wir eben geguckt, oder? Da haben wir den Opa. Das ist kein Müll. Tja. 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 Wo haben sie dich versteckt, du Böser? Da ist keine Veranda. Hier hat man einen auf der Veranda gefunden, ne? Komm ja nicht mal runter. Da. Ja, das ist ja an der Küste. Das ist ja nicht im Dorf, oder? Ja. Hier hab ich, oder? Wo ist der Müll? Oh, Baby, Baby, it's a wild world. Da geht's nicht weiter. Wo ist der Müll? Ein Müllfeld, eine Packung Flaschen. Wo ist der Müllfeld? Wo ist der Müllfeld? Wo ist der Müllfeld? Wo ist der Müllfeld? Da sind wir vorhin dran vorbeigelatscht. So, jetzt reden wir mit dem Opi. So, mach ich mal beim Aufkommen. Ah, nee, ich hab die Tassen noch voll. Ich hab jetzt auch noch mehr, du. So, ich hab die Tassen. Ich geh trotzdem mal die Küche checken. Kein Moment. Ohne Mampf kein Kampf. Ohne Mampf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Boah, ich sag's dir, du. Grüne Bohnen, Eintopf mit Speck, einfach ein Traum. Hinterobersthaus, 4 von 10. Klippen das, 4 von 10. So lecker. 4 von 10. So komme ich ja nirgends durch. Was soll man machen? Jetzt hol dir die Mitgliedsaufgabe von der Vereinigung ab. Noch nicht ein einziges Achievement. Alter, was ist denn da los? Für deine erste Mission will ich, dass du Kai kennenlernst. Jawohl. Ja. 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 Schlepp… Cheg diche. Die Stockpots. Okay. Ja. Das ist bei so einem. Drei. Wersing. Drei. Und... Spannungsgeladene Achievement Baby Äh, wo sind wir denn? Räume die Brügge frei. Ah, da unten. Räume die Brügge frei. Räume die Brügge frei. Untertitelung des ZDF, 2020 So, erst mal die Brücke. 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 Achievement, Baby! Achievement, Baby! 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 Das ist wohl noch ein Melin. Okay. Kann ja eigentlich nur hier sein irgendwo. Okay. 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 Warum muss eine immer so blöd versteckt sein, du? Okay. Das schön ist hier aber noch Massegmüll, ne? Okay. 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 Kann ich hier nicht mal ein bisschen schneller rennen? Okay. 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 Ist das ein Muslim? Nein. Ich habe einen Muslim. Der arme Pfeuere. Ja, uns fehlt ein Müll, Johannes. Ja, uns fehlt ein Müll, Johannes. Ein Müll, ein Müll. Das war's für heute. Ah ja! Ich habe die Karte gelegt, aber ich habe die Karte gelegt. Ich zähle das als einmal. Da ist der Müll. Der Müll ist der Müll. Der Müll ist der Müll. Wo ist denn der Kai da? Der alte Brauntöpel. Wer sind denn das neue Fische? Der Müll ist der Müll. Der Müll ist der Müll. Der Müll ist der Müll. Ich komme Kai. Der Müll ist der Müll. Was ist ein Saumriff? Der Müll ist der Müll. Dann mal ab zur Lisa. Das ist der Müll ist der Müll. Die Müll sind der Müll ist der Müll. Der Müll ist der Müll. Der Müll ist der Müll. Klar, Mann. So, Hanoi, erste Tauchmission, mein Freund. So, Hanoi, erste Tauchmission, mein Freund. Achievement, Baby. Gut, dass du vorher zu mir gekommen bist, ja. Finde ich auch. Ich nehme dich, bis ich mich zu einem Lasseren. Ich habe sehr glücklich, dass du einen Lasseren. Ich fühle mich, wenn du einen Lass gefällt, dass du einen Lasseren. Wenn du ein Lasseren im Lasseren fernasen möchtest, du bist so gut, dass ich nicht wieder. Ich bin zu einem Lasseren, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achievement, baby Also zurück zum Boot Achievement, baby 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 Mach's gut, Flipper. Mach's gut, Flipper. Mach's gut, Flipper. Sieht schon echt schick aus. Mach's gut, Flipper. Mach's gut, Flipper. Mach's gut, Flipper. Dolphin Spirit Ocean Mission, das war unser Astrendruck. Von Mikroids. Mach's gut, Flipper. Mach's gut, Flipper. Mach's gut, Flipper. So, Papa muss weg, bis morgen, alter Frische, falls noch jemand zuguckt, danke, vielleicht komme ich später nochmal rein, mal schauen. Muss jetzt erstmal auf AXA. Bis dann. Howdy now.